Hallo und herzlich willkommen bei Evil Infects. Wir sind letztes Mal vor dieser Tür stehen geblieben, wo wir den Schlüssel bekommen haben. Und ich denke mal, das ist der letzte Part jetzt. Ich weiß es nicht. Es muss nicht sein, aber es kann sein. Gehen wir hier rein. So, das war diese Sonnentür, wo wir den Sonnenschlüssel brauchten. Die haben wir ja letztes Mal... Den haben wir letztes Mal geholt. Und hier. Ich denke, das ist ein Nobles' Quart. Das sagt mir jetzt gerade nicht viel, der Burm. Ja. Jetzt bin ich allein zu Hause, da kann ich ruhig ein bisschen lauter reden und so. Das kommt mir bekannt vor, aber ist auch egal. Ich denke, der Main-Roll. Ja. Geht weiter hier, ne? So, wir gehen erstmal hier in diesen Raum. Diesen schönen Raum. War da Rattenmonstergeräusch oder habe ich mir hier in gehört? Ich glaube, ich habe nicht gehört. Die Hauptverstecke sind jetzt alle durchsucht, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Raum, damit das, damit man weiß, hier gibt es auch noch Räume. So. Genau, Laternen haben wir auch noch mit... Oh, und recht viel Öl lieber. Aber hier brauchen wir das ja gerade nicht. So. It's jammed. Ach, schade. Geht nicht. Und... Solche Ecken liebe ich natürlich. Das stinkt doch nur schon so danach. Guckt euch das an. Hm, und was passiert jetzt? Ähm... Okay, da steht es, wird, glaube ich, doch kein Monster kommen, weil ich die einen schon nicht gesehen habe. Aber hier wird irgendwas passieren. Außer dem ist die Musik viel zu gut, um die Monsters voranzulassen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schreckhaft gerade. Ja. Jesus. Naja, oder auch nicht. Packen wir es wieder zurück. Es fallen, ne? Ne, es ist hier ein schönes, oder? Gucken wir mal. Warum steht hier so ein Höcker? Nein, hier ist aber nichts. Hm, mal gucken, was da los ist. Äh, hier sieht es mir aber nicht so schön aus. So. Der Schrank steht ja schon so verdächtig. Blablabla. Blablablabla. Das lühen sie euch still. Ach. Ich ahne was. Ja. Ja. Das könnte hinkommen. Wir rennen jetzt ganz schnell weg vor diesem Schrank. Denn das Geräusch hat auch schon alles angedeutet. Sofort rennen. Blablabla. Aber macht euch nichts draus. Irgendwann kommt bestimmt noch was Neues. Und da werde ich mich auch erschrecken. Aber das war zu... Dieses Geräusch hat alles gespoilert. So. Anscheinend ist das kein Monster, was unbedingt gehen will. Na dann legen wir uns mit dem Ding an. Los. Ja, wir rennen einfach so. Äh. Was zum... Noch zum Monster. Was ist denn jetzt hier los? Ne, jetzt, 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 jetzt flippen die aber echt aus hier. Na toll, und das Monster ist hier auch noch. Oh Gott. Das Monster kämpft da jetzt nicht etwa, oder? Ach, Mann. Ich glaube, ich sollte einfach durchrennen und nicht irgendwie wieder in diesen scheiß Raum zurückgehen. Okay, wir werden jetzt grausam sterben. Außer, das ist ein Fake-Monster. Ja. Du siehst mich nicht. Guck mal jetzt. Guck mal, was wir jetzt machen. Äh. Wir rennen mit dem Zwischenrat. Einfach denn. Äh, das war dumm. Hm, hier rein. Eine schlechte. Vielleicht sieht mich das nicht. Nein. Ja. Gehen wir weiter. Hey, wir haben es überlebt. Es hat euch schon was aufgefallen. Mensch, das war ja eine aufregende... Das war ja Action-Weiß. Und... Besser konnte man es ja gar nicht machen. Wo sind wir? Ach, nee, das war hier so. Also, wir haben richtig Skill. Ne? Was haben wir denn für einen Schlüssel bekommen? Trinity Key. Das war doch der, der da unten ging. Das weiß ich doch. Also, jetzt, jetzt gefällt mir der Part ganz gut, ne? Hm, hm, hm. So. Gucken wir mal. So, hier ist... Underpass. Äh, äh. Underpass ist nicht voll. Und... Oh, ne, ich ahne, schon, dass irgendwie noch... Irgendwie Wasser noch kommt. Ne, geh weg einfach. Der wird sich zu schnell in Monsters bauen lassen, ne? Ja, Ränder einfach. Was soll schon geschehen? Äh, äh, ja. Im Schrank ist immer Monster. Es lockt nur für Simple Lock, das. Hm. Ich glaub, das war ganz gut, dass wir den Schrank dingens. Wow. Äh, langsam spinnen die doch hier. Ja. Ist schön. Mein... Güte, ey. Langsam mag ich das aber nicht mehr. Also, nicht hart, aber sagen wir mal. To Eastern Castle. Ja, wo wollen wir denn nicht hin? Da kommen wir weiter her. Hier ging es mal weiter, aber... ...au nicht mehr. Gucken wir hier, was hier so ist. Hier ist... ...ein kleiner, netter Raum. So. Mit netten Power-Ups, aber sonst... ... alles in Ordnung. Jetzt dack. Äh, ja. Toll, und wo sollen wir dann lang? Gab es irgendwo noch einen anderen Weg, oder... ...oder hab ich irgendwas vergessen? Mh, ja. Ist toll. Finde ich nicht gut, dass ist hier nicht. Oh, gut. Hat sich auch hier verirrt. Ich wusste, dass irgendwie, wenn es jetzt passiert... ... jetzt macht er bestimmt die Tür kaputt und wir können durch. Hä? Ja, danke. Okay, ach. Einmal haben sie die Monze hier noch zu irgendetwas nützlich. Ich will nicht warten. Vielleicht kriegen wir ihn so gut. Äh, okay, das war nichts. Okay, so war das nicht geplant, aber... Okay. Ach, fuck, jetzt bin ich hier tot. Komm, ich mach' nen Fass. Jetzt halt das Fass einfach nur noch zu fressen. Ja, das Paul kommt davon, wenn man zu schnell rausgeht. So. Jetzt warten wir einfach, bis es weg ist, dann kann sowas nicht mehr passieren. Ich seh's eh noch kommen, dass uns irgendwann noch beide Monster verfolgen. Äh, was ist denn hier? Na? Äh, leck. Das war nur Frips. Was ist das hier für'n Scheiß-Effekt? Mein... ...ne Güte. Ah ja, was wollte ich eben noch sagen? Ey, die Story wird doch langsam ein bisschen gruselig. So ein bisschen noch. Hier wollen wir hoch, ne? Äh. Dumm, dass die Leiternweg ist. Und warum ist das so extrem schwer, ich meine, der hier mit seinen Superkreffen soll das dranbekommen. Äh? Nein. Ich ahn doch schon, was wir da machen müssen. Äh, löchen, ich lasse drehen. Hm, scheiße. Drehen wir das und dann... Ach, Gott. So was kann ich gar nicht ab, äh. Toll, das war auch alles noch eben so schön. Und jetzt... Jetzt eckt das so an. Das ist doch nicht wahr. Ah, Menschenskinder, ey. Komm ich da vielleicht so, nein, komm in natürlich nicht so wahr. Äh, gibt es hier noch was? Nein, aber da müssen wir diese Babikale bauen. Geh die Tür lassen, das so. Hey, jetzt kann ich das nochmal voll schnell. So, so ist mir das auch recht. Ich glaub, die zwei Kisten sollten dann noch reichen. Äh, ja. Äh, brauchen wir jetzt auch noch ein Fass, oder wie? Dann nehmen wir das Fass. Äh, ja, äh, ja, das tut grad... Denn, glaube ich, schon ein bisschen weh. So. Äh. Äh, ach Gott, jetzt leck doch nicht so. Ich bin in sowas echt schlecht. So, dann können wir das so... Äh, Gott! Geh! Ja, lustig. Na toll. Okay, wir hatten das doch alles schon. So. Erster brauchen wir vielleicht eine Kiste, um hier hochzukommen. Dann würde ich sagen, das Fass. Dann die Kiste aufs Fass. Ach Gott, das ist schon Laternenöl, allerwegen, der Kacke. Ja, so, lichtlich warm. Und das nehmen wir dann so. Nein, kippt los nicht, Mann. Yes! Und gleich dürfen wir das eh wieder runtergehen, oder? Ach, genau, Öl. Hm. Wir rennen. Weil wir ja sonst nix tolles können. Ey, das ist doch nicht wahr! Wenn ich den Schlüssel aufhebe, passiert irgendwas. Das ist offensichtlich, da kann es gar nicht gehen, oder? Oder auch nicht. Ach! So ist das also. Die Demo ist zu Ende. Ja, mir hat das zu gegen Ende nochmal richtig Spaß gemacht. Der letzte Part war richtig toll, ne? Und... Ja... Hm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich... Sag jetzt einfach mal an der Stelle hier Tschüss. Bye-bye! 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 Vielen Dank.